Hallo liebe Fans der Astrologie, herzlich willkommen zu diesem Video mit den Tendenzen für die 12 Sternzeichen im August 2019. Ihr dürft euch schon mal freuen, es ist für jedes Sternzeichen was Schönes dabei. Wann euer Sternzeichen beginnt, das habe ich euch unten in die Videobeschreibung reingeschrieben und wenn ihr das Video am PC oder mit einem Android-Gerät schaut, könnt ihr sogar direkt auf die Zeit draufklicken und bis dahin springen. Bevor wir anfangen, hier noch der Hinweis, dass natürlich so ein Sternzeichen-Video keine persönliche Beratung ersetzen kann. Ihr habt ja in eurem Horoskop noch viel mehr interessante Informationen als nur das Sternzeichen. Wenn ihr also mehr und genauere Infos zu eurer Lebenssituation braucht, dann könnt ihr gern eine Beratung bei mir buchen. Die Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Den allgemeinen Überblick über die Konstellationen findet ihr in dem Video mit der kosmischen Schwingung für den August. Da verlose ich auch wieder einen tollen Preis. Ihr könnt ein Liebeshoroskop gewinnen, also schaut da unbedingt rein. Außerdem gebe ich dort bekannt, wer in der Verlosung vom Juli gewonnen hat. Und jetzt kann es auch schon losgehen mit der Deutung für die zwölf Sternzeichen, wie immer in der Reihenfolge des Tierkreises und das erste Zeichen ist der Widder. Hallo ihr lieben Widdergeborenen und Widder-Ascendenten, freut euch auf geniale Konstellationen, besonders in der ersten Monatshälfte. Der Neumond vom 1. August fällt zusammen mit den Liebesplaneten in euer fünftes Haus der Lebensfreude und alle bilden traumhafte Aspekte zur Widder-Sonne. Das heißt Party, Sport und auch sinnliches Vergnügen sind groß geschrieben. Ihr könnt es euch aussuchen. Und falls ihr einen Kinderwunsch habt, solltet ihr fleißig daran arbeiten, dass dieser in Erfüllung geht. Denn die Konstellationen versprechen erotische Lust und Fruchtbarkeit. Das kann also was werden. Solltet ihr euch gerade neu verliebt haben, ist das ziemlich prickelnd und da müsst ihr regelrecht aufpassen, dass aus einer Verbindung, die vielleicht noch unsicher ist, nicht direkt ein Baby entspringt. Für Singles verspricht der Neumond aufregende neue Begegnungen und Flirts, die sich recht heiß und schnell entwickeln. Genießt es, aber haltet euch mit Erwartungen wie Heirat und Bund fürs Leben noch zurück. Denn manche dieser faszinierenden Flirts können sich als Strohfeuer erweisen. Wenn euch die Person wirklich wichtig ist, empfehle ich euch die 90-Tage-Regel einzuhalten, auch wenn es schwer fällt. Drei Monate abwarten, bevor ihr euch tiefer einlasst. Wenn der neue Flirt diese Zeit übersteht, hat er Potenzial für mehr. In diesem Stil geht es weiter bis zum Vollmond, wobei am 11. August, auch noch der Merkur in den Löwen geht. Das ist super für Liebesgeflüster und kreative Ideen. Der Vollmond am 15. August auf der Achse Löwe-Wassermann wirft ein Schlaglicht auf eure Freundschaften und erinnert euch daran, nicht nur begeistert neue Bekanntschaften einzugehen, sondern euch auch um eure bestehenden Freunde zu kümmern. Sie erscheinen euch vielleicht derzeit nicht ganz so faszinierend, aber sie kennen euch schon lange und mögen euch auch mit euren Schwächen. Das solltet ihr wertschätzen. Gesundheitlich müsst ihr auf euch Acht geben, wenn ihr im März Geburtstag habt oder wenn euer Aszendent in der ersten Dekade des Witters steht, denn dann empfangt ihr den Einfluss von Chiron. Wenn ihr in den letzten Monaten viel zu kämpfen hattet, werdet ihr euch wahrscheinlich erschöpft und ausgelaugt fühlen. Ein weiterer Grund, die guten Sterne bis zum 20. August zu nutzen, um die Batterien wieder aufzuladen. Beruflich wirken weiterhin die langfristigen Aspekte von Saturn und Pluto, die bei euch im Karrierehaus stehen. Für einige von euch, besonders die Geborenen der zweiten und dritten Dekade, kann es Situationen geben, in denen ihr durch beruflichen Stress daran gehindert werdet, die Genusskonstellationen auszukosten. Deshalb wäre es halt ideal, wenn ihr im August Urlaub hättet, vor allem in den ersten beiden Wochen. Trotzdem kann es sein, dass sich in eurem Kopf das Gedankenkarussell dreht, weil euch Entwicklungen in der Firma Sorgen machen oder ihr unter Druck steht. Nehmt euch vor, in der ersten Augusthälfte euch mal eine Pause zu gönnen und abzuschalten. Für alle Widder ändert sich ab dem 18. August die Energie spürbar, denn dann wandert euer Herrscher Mars ins Zeichen Jungfrau, gefolgt von der Venus am 21. und der Sonne am 23. August. Die Planeten bewegen sich anschließend durch euer 6. Haus des Jobs und bilden eine Reihe von Aspekten, die für euch beruflich sehr günstig sind. Dann geht es voran und die Stimmung im Team ist produktiv und freundlich. Für Singles kann sich dann auch ein netter Büroflirt ergeben. In der letzten Augustwoche ab dem 26. habt ihr außerdem einen vielversprechenden Finanzaspekt. Da kann sich ganz plötzlich eine gute Gelegenheit für ein Schnäppchen oder eine gute Investition ergeben. Und es ist auch ein guter Lotto-Aspekt. Seid dann also wach und bereit, schnell zuzuschlagen. Hallo, ihr lieben Stiergeborenen und Stier-Aszendenten. Der Neumond am 1. August und die Liebesplaneten stehen bei euch im vierten Sonnenhaus der Familie und zeigen an, dass eine Menge fröhlicher Trubel herrscht. Gäste und Familienmitglieder geben sich wahrscheinlich die Türklinke in die Hand oder ihr ladet zu einer Party ein. Vielleicht habt ihr euch auch vorgenommen zu renovieren oder es steht ein Umzug an. Jedenfalls spricht einiges für rege Aktivität rund um euer schönes Heim. Wenn ihr Urlaub macht, habt ihr vielleicht ein Ferienhaus gemietet, in dem ihr auch selbst kocht und für die Familie sorgt. Insgesamt seid ihr sicher in der Lage, das alles zu genießen, auch wenn es zwischendurch etwas stressig werden könnte. In der ersten Augustwoche zeigen Aspekte mit Uranus noch einiges Chaos an, besonders die Aprilstiere brauchen dann einen gewissen Freiraum und möchten nicht dauernd in die Organisation anderer mit eingespannt werden. Die Geborenen der zweiten und dritten Dekade sind durch die Stellung des Mars bis zum 18. tendenziell schneller gereizt als sonst. Deswegen sorgt dafür, dass ihr zwischendurch auch mal Zeit zur Entspannung habt und nicht unentwegt für all die Gäste und Familienmitglieder kochen und aufräumen müsst. Der Mars kann übrigens auch renitente männliche Familienmitglieder anzeigen, die herumlümmeln und sich bedienen lassen wollen, anstatt mitzuhelfen. Denen müsst ihr gegebenenfalls den Marsch blasen. Wenn jedoch die Aufgaben gerecht verteilt werden, könnt ihr mit euren Lieben viel Spaß haben. Wenn ihr alleinstehend seid, überlegt doch mal eure Eltern oder Geschwister zu besuchen. Wenn ihr euch mit denen gut versteht, werdet ihr eine schöne Zeit haben. Die Karriereplaneten stehen günstig zur Stiersonne. Wenn ihr keinen Urlaub habt, wollt ihr sicherlich gerne Zeit und Energie in euer berufliches Fortkommen investieren. In dem Fall können die vielen Ablenkungen bei euch zu Hause für Stress sorgen. Deshalb teilt euch eure Zeit gut ein und delegiert Aufgaben. Trotzdem raten euch die Sterne, die Möglichkeiten zu Partys und geselligem Zusammensein nicht dem Beruf zu opfern. Der Kosmos hat den August zum Feiern vorgesehen. Das alles gilt bis zum Vollmond am 15. August. Stiers Singles dürften ebenfalls eine gute Zeit haben und haben exzellente Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen. Gut möglich, dass euch Familienmitglieder jemandem vorstellen, mit dem es dann funkt. Wenn ihr im April Geburtstag habt und unter dem Einfluss von Uranus hier im Stier steht, strahlt ihr ein ganz besonderes Charisma aus und zieht Flirtkandidaten magisch an. Wenn euch die ersten drei Wochen im August zu unruhig sind und manches nicht rund läuft, keine Sorge, das ändert sich ab dem 18. August. Denn dann geht der Mars in die Jungfrau, anschließend folgen die Venus am 21. und die Sonne am 23. und alle bilden dann für die kommenden vier Wochen fantastische Aspekte zur Stiersonne und sie bevölkern bei euch das fünfte Haus der Lebensfreude. Ob beruflich oder auf der persönlichen Ebene, ihr dürft euch dann auf einen Kreativschub freuen und kommt mit Herzensprojekten gut voran. Auch finanziell sind das ausgezeichnete Tendenzen. In der letzten Augustwoche habt ihr sogar einen richtigen Lotto-Aspekt. Da könnt ihr euch mal ein paar Lottoscheine kaufen oder bei Tombolas mitmachen, vor allem wenn die dann auch noch für einen guten Zweck sind. Die Gewinnchancen sind gut. Hallo ihr lieben Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Freut euch auf geniale Aspekte in den ersten drei Wochen des Monats. Glücksplanet Jupiter steht in eurem Partnerhaus und die Liebesplaneten bilden traumhafte Konstellationen, die nicht nur toll zum Flirten und Feiern sind, sondern euch auch beruflich inspirieren, falls ihr gerade keinen Urlaub habt. Der Neumond vom 1. August fällt bei euch ins dritte Haus der Kommunikation und regt euch gedanklich enorm an. Außerdem flattern euch garantiert tonnenweise Einladungen und Liebesbotschaften ins Haus oder ihr trefft dauernd nette Leute in eurer unmittelbaren Umgebung. Ist auch eine tolle Zeit für Gartenfeste, um den Kontakt zu den Nachbarn zu pflegen. Wenn ihr alleinstehend seid, ist das der perfekte Monat, um daran etwas zu ändern, denn jetzt kommt ihr besonders leicht und mühelos in Kontakt mit netten Leuten und zwar nicht nur über Apps und das Internet, sondern direkt vor der Haustür. Deswegen guckt nicht dauernd nur auf euer Smartphone, sondern schaut auch den Menschen in eurer Umgebung in die Augen. Dabei zeigt Chiron im Haus eurer Freunde an, dass ihr euch auch um eure bestehenden Freundschaften kümmern solltet. Vielleicht ist da auch jemand bedürftig und braucht eure Hilfe. Es liegt jetzt sehr nahe, sich für neue, interessante Leute zu begeistern und darüber die alten Bekannten zu vernachlässigen. Achtet auch auf eure Ausdrucksweise. Es kann verletzend auf alte Freunde wirken, wenn man nur über tolle neue Bekannte redet. Aber mit ein bisschen Achtsamkeit kriegt ihr das hin. Die Venus steht ja auch toll zu eurer Sonne und hilft euch liebevoll und wertschätzend zu kommunizieren. Wenn ihr keinen Urlaub habt, seid nicht traurig, denn ihr seid enorm inspiriert und habt tolle Ideen. Vor allem, wenn ihr viel schreibt oder in der PR-Branche tätig seid, fällt euch eine Menge ein und das ist auch eine geniale Zeit, falls ihr selbstständig seid und über neue Marketingstrategien für euer Business nachdenkt. Abends und am Wochenende solltet ihr euch aber zum Feiern freinehmen. Auch euer Schatz freut sich, wenn ihr euch Zeit zu zweit nehmt. Ab dem 11. August wird der Jupiter nach vier Monaten Rückläufigkeit wieder direktläufig und zwar bei euch im Partnerhaus. Das heißt, bei denjenigen von euch, die Schwierigkeiten mit Beziehungsangelegenheiten hatten, geht es nun wieder vorwärts und wenn ihr den Eindruck hattet, das Glück hat euch verlassen, kehrt es nun zurück. Singles, bei denen eine begonnene Liebelei ins Stocken geraten war, dürfen dann damit rechnen, dass die Sache wieder in Gang kommt. Genießt es, denn die Feiersterne halten an bis zum 20. August. Der Vollmond am 15. August ist noch mal richtig genial für euch und wenn ihr frei habt, könnt ihr die Nächte rund um den Vollmond durchmachen. Ab dem 18. August kommt eine neue Energie auf, dann wechselt der Mars ins Zeichen Jungfrau, dann am 21. die Venus und am 23. August die Sonne und die Planeten aktivieren dann für die kommenden vier Wochen euer viertes Sonnenhaus der Familie, bilden aber auch eine Spannung zur Zwillinge-Sonne. Es kann bedeuten, dass ihr ein bisschen aus eurem kreativen und persönlichen Flow herausgerissen werdet, weil ihr euch um Angelegenheiten eures Heims oder der Familie kümmern müsst oder weil Besuch kommt. Das muss aber nicht unangenehm sein. Immerhin ist auch die Venus mit dabei. Gerade in der letzten Woche solltet ihr euch freundlich auf solche Situationen einlassen. Im September stehen nämlich berufliche Anspannungen in den Sternen und dann könnt ihr die Hilfe von netten Familienmitgliedern wahrscheinlich gut gebrauchen. Mehr dazu dann im Video für den September. Hallo meine lieben Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Der August dürfte eurem Selbstwertgefühl sehr gut tun. Der neue Mond vom 1. August fällt bei euch ins Geldhaus und in den Bereich des persönlichen Selbstwerts und dort stehen auch Venus und Mars. Das verheißt Auftrieb. Sei es, dass ihr rund um euren Geburtstag viel Zuspruch und schöne Geschenke erhalten habt oder dass ihr euch auf einen tollen Urlaub freut. Ihr habt Grund, zuversichtlich in den August zu gehen. Wenn der Mondknoten jetzt auf eurer Sonne oder eurem Aszendenten steht, kann es auch ein Monat zum Heiraten sein. Auch beruflich kann sich der August günstig für euch entwickeln, wenn ihr keinen Urlaub habt. Dann könnt ihr euch ein gutes Extra verdienen. Vielleicht auch, weil ihr Ferienschichten und Überstunden übernommen habt, für die es einen Zuschlag gibt. Manche von euch haben weiterhin mit dem schwierigen Einfluss von Saturn und Pluto im Partnerhaus zu kämpfen. Lest euch doch dazu bitte den entsprechenden Abschnitt in meinem Jahrbuch für 2019 durch. Da habe ich das ausführlich erläutert und da findet ihr auch die Geburtstagskinder, die betroffen sind. Solltet ihr im August Partnerschaftsprobleme erleben und sollte es nur zäh vorangehen, dann hat das damit zu tun. Dennoch steht es in eurer Macht, das Geschehen zu euren Gunsten zu wenden. Ihr solltet also nicht klein beigeben, wenn euer Partner oder Gegenüber mürrisch erscheint und keine Zugeständnisse machen will oder gar Machtkämpfe inszeniert. Wenn ihr eure Wünsche und Positionen charmant, aber bestimmt vertretet, werdet ihr sehen, dass euer Gegenüber sich einsichtig zeigt. Wichtig ist natürlich, dass ihr wisst, was ihr wollt. Darüber solltet ihr euch gegebenenfalls vor einer Auseinandersetzung und Gedanken machen. Abgesehen davon sorgen aber auch Freundinnen und Freunde für Spaß und Ablenkung. Uranus im Freundschaftshaus zeigt an, dass ihr jetzt auch neue Leute kennenlernt, die frischen Wind in euer Leben bringen. Gerade zu Beginn des Monats kann es durchaus sein, dass ein grantiger Partner sich plötzlich um euch bemüht, wenn er merkt, dass euch auch andere umschwärmen. Singles haben weiterhin gute Chancen, einen Seelenpartner zu finden, denn der Mondknoten läuft ja durch euer Zeichen und deshalb seid ihr begehrt und interessant und eure Meinung ist anderen wichtig. Außerdem bekommt ihr bestimmt viele Einladungen zu Partys, geht da hin und amüsiert euch. In diesem Stil verläuft der Monat bis zum Vollmond am 15. August. Gut möglich, dass euch dann euer Schatz ein Geschenk macht, falls er Grund hat, sich bei euch zu entschuldigen. Oder vielleicht einfach nur so. Am 18. August wandert der Mars in die Jungfrau, am 21. folgt dann die Venus und am 23. die Sonne. Alle Planeten bilden dann in den kommenden vier Wochen fabelhafte Aspekte zur Krebssonne. Sie sind zum Beispiel sehr gut geeignet für Aussprachen und Liebesbotschaften. Auch falls ihr tatsächlich Schwierigkeiten in der Partnerschaft haben solltet, eignet sich die Zeit bis Ende August, um sich zusammenzusetzen und konstruktiv über Zukunftspläne zu sprechen. Wenn ihr euch von eurer liebevollen und warmherzigen Seite zeigt, wickelt ihr euren Schatz um den Finger und bekommt alles, was ihr wollt. Das gilt auch für neu verliebte Krebse. Saturn im Partnerhaus zeigt Flirtkandidaten, die sich schwer tun und lange brauchen, aber ihr findet dann die richtigen Worte, um jemanden anzulocken und zu verzaubern. In der letzten Augustwoche gibt es einen sehr günstigen finanziellen Überraschungsaspekt. Wenn ein Freund von euch einen guten Tipp gibt, lohnt es sich, der Sache nachzugehen. Hallo ihr lieben Löwen und Löwe-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im August Geburtstag habt. Der Kosmos schüttet ein Füllhorn über euch aus. Geschenke, Liebe, Erotik, Aufregung, Überraschungen, Sport und wenn ihr Familie habt, Freude am Nachwuchs und bei Familienaktivitäten, was will man mehr? Der Neumond am 1. August fällt in euer eigenes Zeichen und ist der wichtigste im ganzen Jahr für euch. Deswegen solltet ihr nicht nur euren Geburtstag feiern, sondern auch ernsthaft Pläne für euer neues Lebensjahr machen. Zwar können die Spannungen zu Uranus hier noch für ein bisschen Chaos sorgen, besonders bei den Juli-Löwen, die diesen Einfluss jetzt empfangen. Aber die meisten Löwen, die ich kenne, lieben Überraschungen und da ihr euch im Moment fühlt wie Superwoman oder Superman, solltet ihr mit unerwarteten Wendungen spielend fertig werden. Der Mars und die Venus stehen beide in eurem Zeichen. Das ist eine große schöpferische Energie und natürlich auch ideal für die Liebe, zum Flirten oder um euren festen Schatz wieder neu in euch verliebt zu machen. Auch für sportliche Löwen sind die Sterne top, um zu trainieren und persönliche Bestleistungen aufzustellen. Und wenn ihr ein aufwendiges Hobby habt, für das ihr euch jetzt Zeit nehmen wollt, nur zu. Auch da kommt ihr wunderbar voran. Die Tage vom 8. bis zum 11. August sind genial, um euren Geburtstag im Kreise von Freunden und Familie zu feiern. Ich hoffe, ihr habt im August Urlaub und könnt die schönen Konstellationen nach Herzenslust genießen. Auch der Vollmond am 15. August beleuchtet euer Zeichen bzw. euer Liebesleben, weil er nämlich auf eure Beziehungsachse fällt. Wenn ihr nicht schlafen könnt, macht die Nacht durch, geht feiern oder dient der Liebe und falls ihr alleinstehend seid, bietet sich ein schönes Vollmondritual an. Wenn ihr im August keinen Urlaub habt, solltet ihr nicht nur Dienst nach Vorschrift schieben und auf den Feierabend warten. Ab dem 11. August geht nämlich auch der Merkur nach der Rückläufigkeit wieder in euer Zeichen und der Mars im Löwen. Beides verleiht euch Schwung und hilft euch, in einige recht zähe Angelegenheiten wieder Bewegung hineinzubringen. Am 18. August verlässt der Mars euer Zeichen und zieht weiter in die Jungfrau. Dann läuft er für sechs Wochen durch euer Geldhaus. Das ist auch nicht schlecht. Das ist eine gute Zeit, um säumige Schuldner an ihre Zahlungen zu erinnern, wenn ihr Außenstände habt. Und dann bekommt ihr, was euch zusteht. Umgekehrt solltet ihr jetzt auch selbst eure Rechnungen bezahlen, die noch offen sind. Am 21. gesellt sich auch die Venus dazu und am 23. geht dann die Sonne in die Jungfrau. Alle Planeten aktivieren für die nächsten vier Wochen den Geldfluss in eurem Horoskop und bilden außerdem bis Mitte September fabelhafte Aspekte zu eurem Berufshaus. In der letzten Augustwoche haben wir einen besonderen Finanzaspekt, der bei euch in den Bereich Geld und Karriere fällt. Da solltet ihr Augen und Ohren offen halten. Es kann sich ganz plötzlich eine außergewöhnliche Chance für euch ergeben, ein berufliches Angebot oder eine besondere Gelegenheit für eine berufliche Anschaffung, die sich lohnt. Deshalb den Urlaub möglichst in die ersten drei Wochen des August verlegen und danach wieder voll durchstarten. Es lohnt sich. Hallo liebe Jungfraugeborene und Jungfrau-Ascendenten und jetzt schon mal ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im August Geburtstag habt. Bei euch kommt es sehr darauf an, wie euer Geburtshoroskop aussieht. Der Neumond am 1. August steht zusammen mit den Liebesplaneten Venus und Mars im Löwen und für das Jungfrau-Kollektiv ist das das zwölfte Haus der Spiritualität und des Rückzugs. Es kann also sein, dass ihr gar nicht so übermäßig in Feierstimmung seid und lieber öfter mal eure Ruhe haben wollt. Wenn ihr spirituell arbeitet, erhaltet ihr viele Impulse und Botschaften aus der geistigen Welt. Wenn ihr jedoch, wie viele Jungfraugeborene, Planeten im Löwen habt, dann werden die im August stark angeregt und ihr stürzt euch dann auch gerne ins Getümmel und bekommt bestimmt viele Einladungen zu Partys von Freunden. Ein anderer sehr prägender Einfluss für euch ist die Stellung von Romantikplanet Neptun und dazu auch die wilde Lilith. Sie befinden sich beide beim Jungfrau-Kollektiv im Partnerhaus in den Fischen. Dazu noch aktuell die versteckten Liebesplaneten im zwölften Haus. Das bedeutet, dass so manche Jungfrau eine heimliche Affäre am Laufen hat oder im Stillen Liebesgefühle hegt, ohne dass zunächst in der Außenwelt etwas passiert. Das, meine Lieben, wird sich jedoch ändern und zwar um die Monatsmitte herum. Da haben wir dann zunächst den Vollmond am 15. August, der durchaus dazu führen kann, dass Heimlichkeiten sichtbar werden. Wenn ihr das nicht wollt, seid vorsichtig. Am 18. geht dann der Mars in die Jungfrau und aktiviert für sechs Wochen euer Zeichen. Damit beginnt dann für euch eine sehr produktive und energiegeladene Phase. Da müsst ihr regelrecht aufpassen, dass ihr euch nicht verzettelt und zu viele Dinge auf einmal in Angriff nehmt. Am 21. August geht dann auch die Venus in die Jungfrau und am 23. August um genau 12.02 Uhr tritt die Sonne in euer Sternzeichen ein und damit beginnt die Jungfrausaison. Das ist dann eine geballte Planetenpower bei euch im Zeichen und das lässt vermuten, dass ihr dann keine Lust mehr habt, euch zurückzuhalten oder euch zu verstecken, sondern dass ihr sozusagen die Bühne betreten und sichtbar werden wollt. Liebesangelegenheiten, die sich bis dahin sehr zögerlich entwickelt haben, können sich nun beschleunigen, denn Venus und Mars machen euch ausgesprochen attraktiv und unwiderstehlich. Ein Wermutstropfen ist da allerdings drin, falls ihr auf irgendeinem Weg in eine Dreiecksgeschichte hineingeraten seid. Sei es, dass euer Flirt eigentlich gebunden ist oder auch ihr selbst. Dann wird es im Laufe des Septembers brenzlig, wenn die Planeten alle in Spannung zu Neptun und Lilith bei euch im Partnerhaus gehen. Deswegen wäre mein Tipp, bei allen unklaren Liebessituationen viel Fingerspitzengefühl walten zu lassen, sonst könnte bis Mitte September jemand bloßgestellt werden. Wenn jedoch die Fronten klar sind, wird es gegen Ende August und im September Zeit, sich offen zueinander zu bekennen. In den letzten zehn Tagen des Augusts stehen eure Sterne übrigens auch prächtig, falls ihr Urlaub macht. Singles haben dann ganz tolle Chancen, auf Reisen der Liebe zu begegnen. Aber auch wenn ihr beruflich unterwegs seid, sind die Konstellationen fantastisch und sehr inspirierend. Dann gibt es einen finanziellen Überraschungsaspekt in der letzten Augustwoche und der liegt für euch sehr günstig. Ihr könnt selbst einen ungewöhnlichen finanziellen Erfolg mitgestalten oder in die Wege leiten. Möglich aber auch, dass ihr auf einer Reise oder durch eine Entwicklung mit ausländischen Geschäftspartnern zu einem Gewinn kommt. Oder es ergibt sich einfach ein tolles Schnäppchen, auf das ihr schon lange gewartet habt. Hallo liebe vagegeborene und vage Aszendenten, freut euch auf einen Monat mit harmonischen Aspekten und vielen Einladungen zu tollen Partys. Der Neumond am 1. August fällt in euer Freundschaftshaus, wo auch schon Venus und Mars stehen. Das heißt, ihr werdet viele schöne Momente im Kreise eurer Freunde und guten Kontakte erleben. Auch gesellschaftlich und geschäftlich sieht es sehr gut für euch aus und ihr könnt etwas tun, was ihr ganz besonders liebt. Feiern und dabei eure guten Kontakte pflegen, auch fürs Business. Und wenn ihr selbst eine Party geplant habt, dürfte sie ein voller Erfolg werden. Auch für die Urlaubszeit sind die Konstellationen genial, besonders wenn ihr euch entschieden habt, gemeinsam mit Freunden etwas zu unternehmen. Und in der Liebe dürft ihr euch auf lustvolle und aufregende Momente freuen. Aufregung? Zunächst, weil eure Herrscherin Venus in den ersten Augusttagen mit Überraschungsplanet Uranus sich verbinden wird. Das könnte für vage Singles äußerst prickelnde neue Bekanntschaften mit sich bringen. Die Festliierten haben dann wahrscheinlich ganz bezaubernde Ideen, wie sie ihren Schatz überraschen können. Für die Septemberwagen, die mit einer schwierigen Situation in der Partnerschaft zu kämpfen haben, weil ja Chiron bei euch im Partnerhaus steht, zeigen die Sterne in der ersten Monatshälfte eine unerwartete Wende zum Besseren an. Vom 5. bis zum 10. August habt ihr außerdem einen besonders guten Finanzaspekt, zum Beispiel, weil ihr besonders geschickt verhandelt. Auch wenn ihr Artikel schreibt oder Blogger seid, seid ihr damit finanziell erfolgreich und es ist auch gut fürs Marketing. Vielleicht seid ihr ja Influencer und jemand schaltet Werbung bei euch. Dabei hilft es euch auch, dass der Jupiter ab dem 11. August nach vier Monaten Rückläufigkeit wieder direktläufig wird. Und das heißt, auch Projekte der letzten vier Monate bekommen einen neuen Erfolgsschub. Der Vollmond am 15. steht günstig für euch und bringt erneut die Gelegenheit zum Feiern und zum Vernetzen. Ab dem 18. wandelt sich dann die Energie. Zunächst geht der Mars ins Zeichen Jungfrau, dann folgt die Venus am 21. August und am 23. dann auch die Sonne, dann beginnt die Jungfrausaison. Jetzt kommt es sehr auf euer Geburtshoroskop an. Für das vage Kollektiv steht die Jungfrau im 12. Haus des Rückzugs. Es kann also sein, dass in den letzten Tagen des Monats die Energie für euch mehr nach innen geht oder dass ihr euch auch gerne mal zurückziehen und eure Ruhe haben wollt. Wenn ihr, wie das häufig vorkommt, Planeten in der Jungfrau habt, dann werden die natürlich von Sonne und Mars aktiviert und ihr bleibt produktiv. Da müsst ihr ein bisschen in euch hineinspüren und schauen, dass ihr Rücksicht auf eure Bedürfnisse nehmt. In der letzten Augustwoche habt ihr einen überraschenden Finanzaspekt. Das könnte zum Beispiel eine Ausschüttung sein, zu der ihr jetzt berechtigt seid und an die ihr gar nicht mehr gedacht hattet oder auch eine überraschende Erbschaft oder Zuwendung. Für viele vage Geborene zeigen die langfristigen Aspekte von Saturn und Pluto im 4. Haus der Familie, dass sie sich um Angehörige kümmern müssen oder dass Familienangelegenheiten viel Kraft und Verantwortung erfordern. Das gilt vor allem für die Geborenen der zweiten und dritten Dekade. Genaueres dazu könnt ihr bitte in meinem Jahrbuch nachschlagen. Da stehen auch die betroffenen Geburtstagskinder drin. Für euch wird wichtig, dass der Kosmos hier in den kommenden vier Wochen für einigen Ausgleich sorgen wird. Ihr könnt darauf vertrauen, dass ihr von versteckter oder unerwarteter Seite Unterstützung für euren unermüdlichen Einsatz bekommt. Hallo liebe Skorpiongeborene und Skorpion-Ascendenten! Trotz Urlaubszeit könnte euch eure berufliche Entwicklung stark beschäftigen. Der Neumond am 1. August und dazu noch Venus und Mars befinden sich beim Skorpion-Kollektiv im 10. Haus der Karriere. Wundert euch also nicht, wenn sich gerade jetzt Chancen für euch ergeben, die euch beruflich weiterbringen oder ihr eine schöpferische Phase habt, was euer berufliches Ziel angeht. Wenn ihr jetzt in Urlaub geht und gerade keine Lust habt, euch um eure Karriere zu kümmern, auch gut. Vielleicht könnt ihr ja ein persönliches Ziel in Angriff nehmen oder erreichen. Auch finanziell sehen die Aspekte für euch sehr gut aus. Am 11. August wird der Jupiter nach vier Monaten in eurem Geldhaus wieder direktläufig. Sollten also finanzielle Angelegenheiten ins Stocken geraten sein, kommen sie im Laufe des Augusts wieder in Gang. Es kommt Geld herein, vielleicht auch deswegen, weil ihr euch bereit erklärt, eine Urlaubsvertretung anzunehmen oder Sonderschichten zu schieben, wofür ihr einen Bonus erhaltet. Außerdem kann es gut sein, dass sich bei gesellschaftlichen Gelegenheiten und Partys Kontakte ergeben, die euch beruflich nützlich sind. Natürlich kommt es auch sehr darauf an, in welchem Bereich eures persönlichen Horoskops der Neumond fällt. Anregungen dazu bekommt ihr, wenn ihr euch auch das Horoskop eures Aszendentenzeichens anschaut. Von den Aspekten her ist es gut zu wissen, dass Mars und Venus sich in Spannung zur Skorpionsonne befinden. Das heißt, ihr seid schneller angeregt, aber auch gereizt als normal. Und das solltet ihr mit einbeziehen. Wenn ihr zum Beispiel versucht, euch um jeden Preis durchzusetzen, kann das nach hinten losgehen. Mit Charme und einer zugewandten Haltung erreicht ihr viel mehr. In der Liebe prickelt es für viele Skorpione ganz enorm, besonders wenn ihr im Oktober Geburtstag habt und unter dem Einfluss von Uranus steht. Weil der Überraschungsplanet in eurem Partnerhaus sich diesen Monat zweimal mit der Venus verbindet, kann der Liebesblitz einschlagen. Übrigens ist das auch ein guter Aspekt, um über das Internet jemand Interessantes kennenzulernen. Aber so eine Begegnung kann sich auch durch einen beruflichen Kontakt ergeben. Wenn ihr allerdings fest gebunden seid und es in eurer Partnerschaft kriselt, ist das auch ein gefährlicher Aspekt, denn unter solchen Sternen lässt man sich gerne auf einen neuen Flirt ein, um sich von bestehenden Beziehungsproblemen abzulenken. Wartet erst mal ab, zum Monatsende seht ihr das vielleicht schon wieder ganz anders. Harmonischer ist der Einfluss von Neptun und Lilith in eurem fünften Haus der Romantik und Erotik. Der kann euch helfen, in eure bestehenden Beziehungen mehr Sinnlichkeit hineinzubringen. Ihr seid offen für erotische Experimente. Der Vollmond am 15. August bildet eine starke Spannung zur Skorpionsonne. Wundert euch nicht, wenn ihr da nicht schlafen könnt. Am 18. August zieht der Mars weiter ins Zeichen Jungfrau und bildet dann für sechs Wochen vorteilhafte Aspekte zur Skorpionsonne. Am 21. gesellt sich auch die Venus dazu und am 23. geht die Sonne in die Jungfrau. Dann folgen vier Wochen mit ausgezeichneten Tendenzen für euer berufliches Netzwerk und private Freundschaften. In der letzten Augustwoche kann sich für euch ganz spontan ein lukratives Geschäft ergeben, vielleicht im Zusammenhang mit einer neuen Geschäftspartnerschaft oder durch euer berufliches Netzwerk. In der Liebe ist das eine fantastische Woche für die Skorpions-Singles, um jemand Aufregendes kennenzulernen. Hallo ihr lieben Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten, freut euch auf drei geniale Wochen mit fantastischen Aspekten. Der neue Mond vom 1. August fällt beim Schütze-Kollektiv ins Haus der Reisen und des Fernwehs. Insofern habt ihr die perfekten Urlaubssterne. Weil Venus und Mars dabei stehen, wird euch die Liebe folgen, wohin ihr auch reist. Für Singles heißt das, dass ihr einen fabelhaften Urlaubsflirt anfangen könnt und die Festliierten sollten auch unbedingt mit ihrem Partner in die Ferne schweifen, um ihre Liebe unbelastet von Berufsverpflichtungen und Alltagsstress wieder aufzufrischen. Solltet ihr keinen Urlaub haben, wären das zumindest auch Traumkonstellationen für eine Fortbildung oder falls ihr beruflich auf Reisen seid oder auch wenn ihr selbst als Kursleiter Seminare leitet. Am 11. endet nach vier Monaten die Rückläufigkeit von Jupiter bei euch im Zeichen. Falls ihr euch in letzter Zeit nicht so auf euer Glück verlassen konntet, dann kehrt es nun zurück. Der Vollmond am 15. August steht wunderbar zur Schützesonne und verbindet sich mit der Venus. Ein weiteres Highlight zum Flirten und Leute kennenlernen. Ab dem 18. August kommt eine neue Energie auf. Als erstes wechselt der Mars in die Jungfrau. Beim Schützekollektiv wandert er dann ins 10. Haus der Karriere. Am 21. gesellt sich auch die Venus dazu und am 23. beginnt die Jungfrausaison. Für euch folgen dann vier Wochen, in denen ihr beruflich sehr produktiv sein könnt. Allerdings befindet sich der Mars dann auch in Spannung zur Schützesonne. Das kann zum Beispiel anzeigen, dass Vorgesetzte kleinlich auf Details beharren oder kritisch nach Fehlern suchen und es darüber zu Auseinandersetzungen kommt. Das ist ja nun gar nicht euer Ding, wenn jemand pingelig herumnörgelt. Es kann sich aber lohnen, den Hinweisen nachzugehen. Vielleicht habt ihr wirklich Details übersehen. In der letzten Augustwoche habt ihr einen sehr guten beruflichen Finanzaspekt und es kann sich ganz überraschend herausstellen, dass euch der kritische Chef letztlich einen Gefallen getan hat und ihr finanziell sogar davon profitiert. Weil sich Venus und Mars in diesen Tagen verbinden, ist es auch eine Flirtkonstellation. Falls sich bei euch ein Büroflirt oder eine Liebelei mit der Chefetage ergibt oder ihr als Berater oder Therapeuten Feuer für einen Klienten gefangen habt, solltet ihr vorsichtig sein. Denn wir haben Anfang September ein paar brenzlige Konstellationen, die auf einen möglichen Skandal hindeuten. Haltet den Ball erstmal flach und lehnt euch zurück. Verabredet euch außerhalb eurer Arbeitsumgebung. Wenn wirklich Liebe und Beziehungspotenziale im Spiel sind, kann man sich dann auch Zeit lassen und die ethischen Regeln einhalten. Diejenigen von euch, die unter dem Einfluss von Neptun und Lilith stehen, das betrifft vor allem die zweite Dekade, laufen Gefahr, sich in eine Dreiecksgeschichte hinein zu manövrieren. Diese Situation könnte dann im September außer Kontrolle geraten, wenn Geheimnisse auffliegen. Deshalb in allen delikaten Liebessituationen am besten erstmal die 90-Tage-Regel einhalten. Drei Monate abwarten, bevor ihr euch tiefer einlasst. Wobei das für den temperamentvollen Schützen natürlich schwierig ist. Mehr dazu erfahrt ihr dann in euren Sternen für den September. Hallo ihr lieben Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Freut euch auf einen Monat, in dem es viel zu feiern gibt und in dem die Sterne eure festen Beziehungen stärken. Der Neumond vom 1. August fällt beim Steinbock-Kollektiv ins achte Haus der festen Partnerschaften und Verbindlichkeiten. Dicht dabei stehen Venus und Mars. Das bedeutet, lasst die Arbeit ruhen und nehmt euch Zeit für euren Schatz. Wenn ihr Urlaub habt, verreist gemeinsam und verwöhnt euch gegenseitig. Wenn ihr alleinstehend seid, sind eure Chancen weiterhin sehr groß, einen Seelenpartner zu treffen, denn der aufsteigende Mondknoten steht bei euch im Partnerhaus. Es liegt dann bei euch, nicht zu misstrauisch und zurückhaltend zu sein, sondern euer Herz zu öffnen und neuen Begegnungen eine Chance zu geben. Dabei hilft euch auch Uranus, der euch zum Experimentieren anregt und euch aufgeschlossen gegenüber Neuem macht. Er verbindet sich in der ersten und der letzten Augustwoche mit der Venus und das bringt prickelnde Flirtchancen. Am direktesten merken das die Geborenen der ersten Dekade, aber es ist natürlich gut möglich, dass auch andere Planeten in eurem Horoskop diesen anregenden Einfluss empfangen. Das müsste man dann mal in einer Beratung klären oder ihr lest es in meinem Jahrbuch nach. Die Geborenen der zweiten Dekade empfangen einen angenehmen Einfluss von Romantikplaneten Neptun. Das hilft euch dabei, liebevoll zu kommunizieren. Es ist ein schöner Aspekt für Liebesgeflüster und romantische Botschaften. Auch die Lilith steht günstig für euch. Sie zeigt interessante Diskussionen mit ungewöhnlichen Leuten, denen ihr euch sonst vielleicht nicht öffnen würdet, die aber das Potenzial haben, euch den Kopf zu verdrehen. Finanziell kann sich der Monat vorteilhaft für euch entwickeln. Zwischen dem 5. und dem 10. August stehen die Sterne günstig für gemeinsame Anschaffungen mit dem Ehepartner oder anderen Leuten, mit denen man eine Verantwortung teilt. Am 15. August ist Vollmond in den Zeichen Wassermann und Löwe und die Tendenzen sind weiterhin romantisch. Ab dem 18. kommt eine neue Stimmung auf, wenn die Planeten allmählich in die Jungfrau weiterziehen. Zuerst der Mars, der dann sechs Wochen vorteilhafte Aspekte zur Steinbock-Sonne bildet und dann am 21. August die Venus und am 23. die Sonne, dann beginnt die Jungfrausaison. Die Planeten bevölkern dann für die kommenden Wochen beim Steinbock-Kollektiv das 9. Haus der Reisen. Das ist sehr schön, wenn ihr dann Urlaub habt. Außerdem sind die Aspekte auch sehr anregend, um Pläne für die Zukunft zu machen, sei es für euer persönliches Herzensprojekt oder für die nächsten beruflichen Aufgaben. Wenn ihr Ende August wieder an die Arbeit geht, könnt ihr euch auf eine besonders produktive Phase bis Ende September freuen. In der letzten Augustwoche sind die Aspekte noch mal super spannend, denn dann verbinden sich Sonne, Venus und Mars mit Aufreger Uranus und das Ganze im Top-Aspekt zur Steinbock-Sonne. Besonders für die Dezember-Steinböcke ist das ein äußerst anregender Einfluss. Für Singles ist es ein toller Aspekt, um spontan jemand Spannendes kennenzulernen. Das kann auch eine Urlaubsliebe sein. Und weil der Mondknoten bei euch im Partnerhaus steht, sind die Chancen besonders gut, dass sich daraus auch was Längerfristiges entwickeln kann. Hallo ihr lieben Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten. Freut euch auf einen liebevollen Monat. Der neue Mond vom 1. August fällt beim Wassermann-Kollektiv ins Partnerhaus und dort stehen auch die Liebesplaneten Venus und Mars. Das bringt jede Menge schöner und romantischer Liebesmomente für Festliierte und wenn ihr Single seid, zeichnen sich ganz wunderbare Flirtchancen für euch ab. Jupiter im Freundschaftshaus zeigt, dass ihr generell tolle neue Leute kennenlernt. Daraus können sich auch schöne Freundschaften ergeben. Und für manchen geht eins ins andere über. Aus Freundschaft kann Liebe werden. Wenn ihr im August keinen Urlaub habt, könnt ihr eure guten Geschäftskontakte pflegen und trefft wahrscheinlich auf Sommerfesten und Grillpartys Leute, mit denen sich auch berufliche Perspektiven ergeben. Kurzum, es ist ein Monat der Begegnungen und der guten Kontakte. Deshalb zieht euch nicht zurück, sondern nutzt jede Gelegenheit, um unter Leute zu gehen. Finanziell können sich durch euer berufliches Netzwerk, durch eine neue Geschäftspartnerschaft oder den Einfluss guter Freunde gute Gelegenheiten ergeben. Vor allem zwischen dem 5. und dem 10. August. Ab dem 12. August wandert auch der Merkur in euer Partnerhaus und begünstigt persönliche Gespräche, die Anbahnung von Flirts, durch heiße Diskussionen oder auch engagierte geschäftliche Verhandlungen. Diejenigen von euch, die unter dem Einfluss von Uranus stehen, das betrifft vor allem die Januar-Wassermänner, müssen allerdings ein bisschen auf ihre festen Beziehungen und Familienbande Rücksicht nehmen. Sollte es bei euch in der Partnerschaft kriseln, seid ihr möglicherweise geneigt, fremd zu flirten. Denn Gelegenheiten gibt es reichlich, vor allem in der 1. Augusthälfte. Da müsst ihr euch fragen, ob es euch das wirklich wert ist, für einen kurzen Flirtspaß den festen Partner vor den Kopf zu stoßen oder den Familienfrieden zu erschüttern. Wartet lieber erst mal ab. Ende August erhalten feste Beziehungen Auftrieb und ihr findet wieder zueinander. Dann zeichnen sich auch kreative, gemeinsame Lösungen ab, um in eurer Beziehung etwas zum Positiven hin zu verändern. Der Vollmond am 15. August fällt auf eure Beziehungsachse, hier im Zeichen Wassermann und Löwe, und lässt die Liebe und die Flirtbereitschaft noch mal aufblühen. Ab dem 18. geht die heiße Phase der neuen Begegnungen langsam zu Ende. Der Mars zieht dann weiter ins Zeichen Jungfrau, gefolgt von der Venus am 21. und der Sonne am 23. August und dann beginnt die Jungfrausaison. Beim Wassermann-Kollektiv laufen die Planeten dann durch das achte Haus der verbindlichen Beziehungen und auch der geschäftlichen Verträge. Das ist die Zeit, in der eure festen Partnerschaften Auftrieb erhalten und neue Flirts sich zu etwas Ernstem entwickeln können. Nutzt deshalb die letzte Augustwoche, um euch mit eurem Schatz zu verbinden, in erotischer Hinsicht ebenso wie durch liebevolle Gespräche. Ihr könnt dann neue Lösungen für alte Probleme finden. Der Aspekt ist auch positiv für alle Leute, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, seien es Familienmitglieder oder falls ihr in einer WG lebt. Es ist eine gute Zeit, um euch gemeinsam neu auszurichten und neue Perspektiven für die Zukunft zu finden. Außerdem haben wir in der letzten Augustwoche einen finanziell positiven Überraschungsaspekt. Das könnte zum Beispiel eine unerwartete Zuwendung seitens der Familie sein oder eine vertragliche Ausschüttung, mit der ihr gar nicht gerechnet hattet. Hallo, ihr lieben Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Ob im Job oder in der Partnerschaft, für beides sehe ich gute Tendenzen. Der Neumond vom 1. August fällt für das Fische-Kollektiv ins sechste Haus des beruflichen Alltags. Falls ihr euch entschieden habt, im August keinen Urlaub zu nehmen, scheint ihr aber Spaß im Job zu haben. Vielleicht ergibt sich sogar ein Büro-Flirt für euch. Jedenfalls ist die Stimmung gut und auch produktiv. Es sind auch gute Aspekte für Fische in therapeutischen Berufen und es kann sogar sein, dass sich zwischen euch und einem Klienten ein Flirt anbahnt. In diesem Fall achtet darauf, berufliches und privates strikt zu trennen. Zwischen dem 5. und dem 10. August habt ihr einen ausgezeichneten beruflichen Finanzaspekt. Vielleicht habt ihr ja eine Urlaubsvertretung angenommen und erhaltet dafür einen Bonus. Wenn ihr Urlaub habt, würde sich anbieten, dass ihr nicht nur faul am Strand liegt, sondern aktiv etwas für Wellness und Gesundheit tut. Sei es durch sportliche Aktivitäten oder durch ein Verwöhnprogramm. Ein bisschen aufpassen müsst ihr auf euer Immunsystem. Ihr neigt jetzt bei Verletzungen zu Entzündungsreaktionen oder Allergien. Packt die entsprechenden Medikamente in eure Urlaubsapotheke mit ein. Diese Tendenzen halten an bis zum Vollmond am 15. August. Gut möglich, dass ihr in dieser Phase ein paar schlaflose Nächte habt. Vom 19. bis 22. August habt ihr übrigens nochmal einen guten Aspekt für finanzielle Verhandlungen, zum Beispiel wegen einer Gehaltserhöhung. Für die Liebe wird es ab dem 18. August richtig spannend, denn dann ziehen die Planeten weiter in die Jungfrau und damit beim Fische-Kollektiv ins Partnerhaus. Zuerst der Mars, dann am 21. die Venus und am 23. August schließlich die Sonne, dann beginnt die Jungfrausaison. Die Planeten zeigen für die kommenden vier Wochen viele Begegnungen, Flirts und auch interessante neue Geschäftspartnerschaften an. Ihr seid ja ohnehin wahre Flirt-Magneten, weil Romantikplanet Neptun langfristig bei euch im Zeichen steht und mittelfristig ja auch die Lilith. Beide stehen in der zweiten Dekade der Fische und sorgen dafür, dass ihr ein enormes Charisma habt. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr die langfristigen Tendenzen in meinem Jahrbuch 2019 nachlesen. In den letzten zehn Tagen des Augusts haben wir ganz besonders prickelnde Liebesaspekte mit Venus, Mars und Uranus. Das ist für Singles eine großartige Zeit, um neue Flirts anzufangen und diese Impulse setzen sich fort bis Mitte September. Weil die Planeten dabei auch positive Aspekte zu reife Planeten Saturn und zum Mondknoten bilden, haben neue Beziehungen, die sich jetzt anbahnen, das Potenzial auch langfristig zu bestehen. Ein Wermutstropfen könnte nur sein, dass ihr vielleicht in eine Dreiecksgeschichte hineingeratet, weil nicht alle Beteiligten von Anfang an ehrlich sind und mit offenen Karten spielen. Es kann auch gut sein, dass ihr selbst Geheimnisse habt oder euch nicht im Klaren darüber seid, wo die Sache hingehen kann. Dann raten euch die Sterne, die 90-Tage-Regel zu berücksichtigen. Drei Monate abwarten, wenn die Gefühle dann immer noch heiß sind, kann man die Angelegenheit ernst nehmen. In der letzten Augustwoche gibt es auch noch mal einen guten Finanzaspekt. Achtet in der Zeit mal auf den Flurfunk im Job oder Hinweise durch Bekannte und Nachbarn aus der unmittelbaren Umgebung. Da scheint jemand einen guten Tipp für euch zu haben oder ihr könnt ein Schnäppchen machen. Und jetzt habe ich noch meinen Serviceteil mit den Infos und der Verlosung für euch. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr mich gerne über meine Homepage oder mein Kundentelefon kontaktieren. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Der nächste Livestream hier auf meinem YouTube-Kanal ist am Mittwoch, den 31. Juli um 21 Uhr. Das ist der Talk zum Neumond am 1. August. Danach gibt es eine kurze Sommerpause und dann geht es weiter mit dem Neumond-Talk am 29. August. Während wir auf Sendung sind, verlose ich jeweils eine 15-minütige Live-Beratung. Wenn ihr mitmachen wollt, dann meldet euch bitte mit einer E-Mail an und die Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage und unten in der Videobeschreibung. Auf vielfachen Wunsch werde ich mein Webinar über die Transite der Lilith noch mal wiederholen. In diesem Webinar erfahrt ihr, welche Seelenkräfte durch die Begegnung mit Lilith in unserem Horoskop geweckt werden und wie wir damit umgehen können. Der Termin ist am 27. August um 19 Uhr und die Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und einen Link zum Webinar setze ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Weil der August so ein toller Liebesmonat ist, verlose ich noch mal ein schriftliches Partnerhoroskop als PDF. Darin könnt ihr die Deutung der wichtigsten Aspekte zwischen euch und eurem Herzensmenschen nachlesen. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann teilt bitte meine Videos in euren Social Media. Und einfach hier klicken, dann ist der Kanal abonniert. Zum Schluss möchte ich euch noch diese Videospecials empfehlen. Loslassen und Befreien über Lilith in den Fischen. Finde deine Heimat, da geht es um die Karma-Konstellation mit dem Mundknoten im Krebs und über Chiron, den inneren Heiler. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.